Hallo, ich bin Vegas, ich darf heute euer Nikolaus sein. Wir verlosen nämlich Assassin's Creed Black Flag von Ubisoft. Ich stelle euch jetzt sechs Weihnachtsmythen vor, drei davon sind wahr. Welche drei schreibt ihr in die Kommentarbox und dann könnt ihr gewinnen. Nummer eins, Weihnachtsbäume hingen wir früher von der Decke auf. Der Vorteil, so nahmen sie keinen Platz weg und sie wurden nicht umgestoßen. Nummer zwei, um alle Geschenke rechtzeitig zu verteilen, müsste der Weihnachtsmann mit einer Geschwindigkeit von 1040 kmh umherreisen. Nummer drei, in Bulgarien ist es Brauch, tote Fische an den Weihnachtsbaum zu hängen. Nummer vier, bei der Geburt Jesu soll laut Überlieferungen sein Ziehvater Josef erst 15 Jahre alt gewesen sein. Nummer fünf, 1993 kaufte die Barbie Liberation Organization hunderter sprechender Barbies und G.I. Joes, vertauschte aber dessen Sprachprogramme. Und so kam es, dass am Weihnachtsabend die Kinder ihre Geschenke ausgepackt haben, G.I. Jo von seiner Traumhochzeit schwärmte und Barbie schrie, die Rache ist mein. Nummer sechs, 15 Prozent der Deutschen gucken am Weihnachtsabend stirbt langsam. Und, habt ihr die drei herausgefunden? Wenn ja, dann schreibt sie in die Kommentarbox. Und vielleicht gewinnt ihr ja dann euer Assassin's Creed Spiel. Ich wünsche euch ganz viel Glück und noch einen wunderschönen Nikolaus.